Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 8. Juni 2021. Schwarz am Zug braucht hier nur zwei Züge und dann ist es matt. Wir beginnen mit Läufer C8 Schach. Der König wird angegriffen. Der König muss nach A7 und jetzt folgt Dame B7 Schachmatt direkt. Das war doch einfach, oder? Alles klar, ich hoffe ihr macht jeden Tag diese Aufgaben, um schön euer Rechenvermögen zu trainieren. Bis bald!